Vielleicht überlegst du gerade, dich selbstständig zu machen oder du bist schon gegründet und überlegst, wie du dich verbessern kannst. Dann wirst du in diesem Video ein paar ganz wichtige Hinweise über die Denkweise eines Unternehmers, eines Selbstständigen erfahren. Mein Name ist Dange Schäfer und ich kenne tatsächlich beide Seiten in der Wirtschaft. Ich habe viele Jahre als Angestellter gearbeitet, zunächst bei der Bundeswehr als Soldat, später auch bei der Kriminalpolizei und in verschiedenen Angestelltenberufen als Minijobber, als studentische Aushilfskraft. Ich durfte also in viele Unternehmen reingucken und ich habe auf der anderen Seite auch eine ganze Reihe von Unternehmen selbst gegründet und an anderen Unternehmen mitgewirkt. Da kann ich dir aus meiner Erfahrung genau sagen, was ein Unternehmer als Denkweise, als Grundlage mitbringen sollte, aber auch was die Vorteile und was die Nachteile sind. Schauen wir uns zunächst mal das Leben von Anton an. Anton ist ein Mensch, der in ein Unternehmen reinkommt und der die Aufgabe hat, aus X Y zu machen. Und dabei ist es egal, ob er ein Bäcker ist, der Zutaten hat und Brötchen backen muss oder ob er der Verkäufer ist, der die Brötchen aus dem Regal an die Kunden über den Tresen verkaufen muss und zum Schluss einen Kassenabschluss macht. Es kann auch sein, dass er bei VW Wolfsburg arbeitet und vielleicht an den Motoren oder an der Karosserie arbeitet. Fakt ist, Anton kommt in ein Unternehmen und hat die Aufgabe von X nach Y, einen ganz klar vorgeschriebenen Prozess durchzuführen und zwar immer wieder am besten der gleiche Prozess. Sollte Anton von dem Prozess abweichen, kriegt er in der Regel Ärger, eine Abmahnung, eine Korrektur. Es gibt sogar ganze Prozess- oder Verfahrensanweisungen, die genau regeln, wie Anton arbeiten muss und sollte er vielleicht in einem Punkt in seinem Prozess nicht weiterkommen, nun dann gibt es auch dafür eine Vorgabe, wie er eine Abweichung wieder korrigiert oder einen alternativen Weg geht. Wenn du dich aber selbstständig machst und wie Bernd bist, dann ist die Situation, dass du zunächst mal selbst dir Gedanken machen musst, was dein Y ist, was dein Ziel ist. Das heißt, du trittst dann in den Markt und hast erstmal eine Vorgabe, ein Ziel, was du dir selbst gesetzt hast. Und der nächste Schritt ist, dass du dir dann Gedanken machst, wo du gerade bist. Und das ist vielleicht jetzt hier Situation X1, dein Zustand, deine Ressourcen, deine Fähigkeiten, dein Eigenkapital, dein Standort, deine Sprache, deine Kultur, dein Wissen, deine Motivation ist X1. Und aus dem Spannungsfeld zwischen Y und X1 bist du selbst jetzt dazu angehalten, diesen Prozess von X nach Y zu finden. Zunächst mal sehen die Bilder, die Schaubilder relativ ähnlich aus. Beide sind irgendwann im Unternehmen tätig, beide erzielen irgendwelche Ergebnisse oder Aufgaben, die vorher festgelegt worden sind. Aber schauen wir uns nun die Welt von Anton ein wenig näher an. Beispielsweise bricht eine Corona-Krise aus und Anton hat keinen Arbeitsplatz mehr, weil er vielleicht in einer Gastronomie gearbeitet hat und die ist jetzt geschlossen. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass die Marktentwicklung sich fortschreitend zu seinen Ungunsten entwickelt. So wie von meinem Onkel, der beispielsweise Angestellter meist dafür die Reparatur von Schreibmaschinen war. Auf einmal waren keine Schreibmaschinen mehr da zum Arbeiten und Anton hatte keine Möglichkeit mehr, seine Dienstleistung am Markt zu verkaufen. Die Herausforderung, die Anton hat, ist, dass er linear denkt. Das heißt also, er braucht die Vorgabe eines Prozesses, er braucht eine genaue Anweisung, wie er arbeitet. Und verändern sich diese Rahmenbedingungen? Oder gibt es vielleicht ein neues Ziel, was erreicht werden soll? Oder eine neue Ausgangssituation? Dann haben Menschen wie Anton nicht nur nicht die Fähigkeit, hier einen neuen Prozess zu entwickeln, sondern sie kommen sogar in Stress. Sie wünschen sich den alten Prozess zurück und wenn du beispielsweise in große Unternehmen reingehst oder auch Behörden, die fast gleich sind, dann erlebst du von diesen Antons die Aussagen, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen, das machen wir nicht so, wir haben unsere Vorgaben, wir haben unsere Richtlinie und dabei gilt es zu bleiben. Eine solche Denkweise hat natürlich Vorteile und Nachteile. Der Vorteil, der liegt ganz klar auf der Hand. Wenn du einem Menschen diesen Prozess gibst, dann wird er diesen Prozess genau nach Vorgabe abarbeiten. Das heißt, heute wie morgen, aber auch in drei Jahren sollte die Qualität hinten raus gleich bleiben oder sich sogar noch verbessert haben. Wenn du einem solchen Mitarbeiter eine Verantwortung gibst, dann ist er zuverlässig, erstbeständig. Du kannst als Chef, als Unternehmer diesem Menschen eine Filiale beispielsweise anvertrauen. Du kommst nach ein, zwei, drei Jahren wieder und das läuft noch genauso. Die Nachteile liegen aber auch klar auf der Hand. Und zwar habe ich letzte Woche mit einem Sicherheitsbeauftragten einer großen deutschen Stadt gesprochen über seine Erfahrung in Notfalllagen, in Hochwasserlagen. Und er hat gesagt, dass die Menschen, die streng nach Vorschrift arbeiten, die Beamten, die Vorgesetzte, die Landräte, wer auch immer dort in den Städten und der Kommune eingesetzt ist, die sind gut in Friedenslagen, in ruhigen Lagen nach Prozessen und Vorschrift zu arbeiten. Wenn sich aber die Lage dermaßen ändert, dass die Vorschriften hier nicht mehr Anwendung finden, dann ist Anton komplett überfordert. Er weiß also nicht konkret, was zu tun ist, wie die technische Hilfswerkseinrichtung kombiniert wird mit der Polizei, mit der Feuerwehr und der Bundeswehr. Er muss innerhalb von kürzester Zeit neue Strukturen schaffen, neue Befehlsketten vielleicht aufbauen, Entscheidungen zu treffen, die bisher noch nicht schriftlich in Prozessanweisung vorgesehen waren. Und genau das liebt Bernd. Bernd liebt es, wenn es etwas Neues gibt, wenn etwas anders ist, wenn es eine Vielfalt von Dingen gibt, die sich auch verändern. Dann wird er angeregt mental und geht auf die Suche in seinem gedanklichen System, das er vorher aber auch angereichert hat mit Informationen aus dem System. Bernd ist ein globaler Denker. Das heißt, er interessiert sich für das Gesamtsystem und ist in der Lage dann, zwischen 9x und 9y wiederum neue Verbindungen zu schaffen. Die werden dann später sehr wahrscheinlich auch niedergeschrieben als Prozessanweisung für Anton. Aber hat diese globale Denkweise von Bernd nur Vorteile? Nun, natürlich hat beides wie eine Medaille eine Kehrseite. Der Vorteil natürlich von Bernd ist, dass er flexibel ist, dass er angeregt wird durch Neues, durch Veränderungen und dass er reaktionsfähig ist, wenn sich alles im System ändert. Das sind klare Vorteile. Aber schauen wir uns nun die Nachteile an. Die Nachteile von Bernd sind, dass er einen Prozess zwar aufbauen und erfinden kann, aber es langweilt ihn, diesen Prozess immer wieder routinemäßig zu wiederholen, das vielleicht noch genau aufzuschreiben, Flussdiagramme zu machen und dann sich regelmäßig auch selbst zu überprüfen, ob er sich in seinem Prozess hält. Das ist für ihn eine Belastung und das ist auch der Nachteil, dass dann der selbst geschaffene Prozess mit einer niedrigen Qualität entweder durchgeführt wird oder jeden Tag verändert wird und damit sein Umfeld auch verunsichert. Ein weiterer Nachteil ist, dass er ständig etwas Neues braucht, dass er neue Y-Sillon sich ständig sucht, weil das als Anregung für sein Gehirn ist, etwas Neues zu konstruieren. Die Kreativität lebt davon, Neues an Informationen zu bekommen, Lageendungen, die sich verändert haben, neu zu gestalten. Das Problem ist, dass die angefangenen Projekte, die angefangenen Unternehmungen, die angefangenen Hobbys schnell mal wieder liegen bleiben und zugunsten neuer Projekte dann vielleicht in das Hintertreffen geraten. Ja, wenn du jetzt genau fragst, was ist jetzt die bessere Denkweise? Nun, da gibt es nicht die Antwort jene oder diese. Tatsächlich ist es so, dass zunächst mal in neuen Gebieten Pioniere gesucht werden, die in der Lage sind, neue Prozesse, neue Aufgaben, neue Unternehmen, neue Vorhaben tatsächlich zu entdecken, in dem Ziele gesetzt werden, die Ausgangssituation definiert wird an Ressourcen, um dann Wege zu finden, in denen dann man selbst und später andere auch wandeln können. Wenn aber dieser Prozess entwickelt worden ist, dann brauchst du Menschen, die eher lineare hängen, die sich das genau angucken und feststellen, ob das tatsächlich der effektivste Weg ist, ob es vielleicht kleine Korrekturmaßnahmen gibt und ob die ganze Geschichte noch effizienter gestaltet werden, sprich also die Kosten gesenkt werden können. Aber bleibt Anton alleine, dann haben wir die gleichen Entwicklungen wie in vielen Behörden und Institutionen. Und ich als Berliner kann da ein Lied von singen, wie unflexibel die Verwaltung sind, wie unstet und wie veraltet die Prozesse sind und wie uneffizient diese Prozesse ablaufen. Das bedeutet also, der Mix macht es natürlich aus, dass sowohl Anton Prozesse aufrechterhält, aber auch sich bereit erklärt, immer wieder mit einem Bernd, der global denkt, alles zu überprüfen und zu gucken, ob es nicht neuere, bessere Wege inzwischen gibt oder ob sich die Ziele verändert haben oder ob sich die Lage, also die Ausgangssituation X hier verändert hat. Kommen wir nur zurück zum Anfang. Welche Denkweise zeichnet Unternehmer aus? Und du wirst es sicherlich wissen und schon erahnt haben, dass wenn du ein neues Geschäftsmodell entwickeln willst, du dir selbst Ziele setzt, dass du auch die Fähigkeit brauchst von deiner Situation aus, der heraus du jetzt startest mit deinem Eigenkapital, selbst die Prozesse, den Businessplan, das Geschäftsmodell entwickeln wirst. Das Problem aber ist, wenn du all diese Prozesse tatsächlich errichtet und aufgestellt hast, dann brauchst du relativ schnell Menschen, die in Prozessen denken und arbeiten und eine gute Qualität in gleichbleibenden Routinen erschaffen. Das beste Beispiel ist hier deine Finanzbuchhaltung. Auch wenn du zulassungsbedingte Berufe hast, beispielsweise als Arzt, Mediziner oder Rechtsanwalt oder in anderen Bereichen, da hast du sogar noch externe Vorschriften zu beachten. Und auch beim Marketing, so kreativ am Anfang die Aufgabe ist, wo deine Positionierung, dein Avatar, deinen Tonmix und Marketingmix zusammenstellst, später wirst du auch Menschen brauchen, die kontinuierlich Texte, Bilder, Grafiken, Video produzieren, bearbeiten und publizieren. Auch dann wird es dort Prozesse geben, in diesem spannenden, kreativen Bereich. Wenn du also selbst ein globaler Denker bist, der also systemisch, ganzheitlich denkt und auch die Beziehungsaspekte zu allen Menschen, Personen und sozialen Gesellschaftsteilen auch berücksichtigt, dann hast du die wichtigste Voraussetzung für ein Unternehmer. Aber denke daran, dass du Antons brauchst, Menschen, die linear dann später an den Prozessen dich unterstützen. Wenn du jetzt aber gar kein globales Denken hast, heißt das, dass du dich nicht selbstständig machen kannst. Nun weit gefehlt. Es gibt Geschäftsmodelle, das steht genau beschrieben von anderen Bands, wie du dein Unternehmen aufbaust. Und die stellen dir diese Geschäftsidee zur Verfügung. In der Regel sprechen wir hier von Franchise-Unternehmen, wo du größere Beträge auch bezahlst und auch Umsatzbeteiligung abgibst, dafür, dass andere ihr Brain, ihr globales Denken in Form von Franchise-Konzepten dir zur Verfügung stellen. Zum Schluss möchte ich dir noch einige Tipps aus persönlicher Sicht geben, egal ob du Anton oder Bernd bist. Wenn du Anton bist, nun dann hast du vielleicht eine gesicherte Arbeitsplatzsituation, du hast ein großes Unternehmen, was sehr stabil ist, oder du bist in einer Behörde tätig, die schon einige Jahrzehnte besteht und wahrscheinlich noch einige Jahrzehnte bestehen wird. Aber das Einzige, was wirklich sicher im Leben ist, ist die Veränderung. Viele große Konzerne sind verschwunden oder mussten sich gesund schrumpfen. Wir leben in Zeiten ständiger Veränderungen. Auch Behörden sind da nicht anders. Dort wird viel digitalisiert, automatisiert. Und auch die Konzerne und auch die Behörden werden sich in Zukunft weiter gesund schrumpfen. Und immer mehr wird automatisiert durch KI oder sogar durch Robotik ersetzt. Deshalb möchte ich dich als Anton auch einladen, einfach mal den Mut zu haben, vielleicht nicht bei der Arbeit, sondern in anderen Lebensbereichen, selbst neue Ziele zu setzen, deine Ausgangssituation zu bestimmen und selbst Pläne zu entwickeln und die zu konstruieren, zu variieren und flexibel zu sein. Denn wirklich sicher kannst du nicht sein, dass dein Umfeld immer nur Plätze bietet, wo die Prozesse vorgegeben sind. Das bedeutet, dass du andere Bands hast, die für dich die Prozesse machen. Und vielleicht gibt es Lebensbereiche, wo sich niemand, niemals ein Bernd in deinem Leben begeben wird und dir sagen wird, wie du beispielsweise gesund wirst, gute Beziehungen aufbaust, deine Persönlichkeit weiterentwickelst, vielleicht eine gemeinnützige Organisation aufbaust, anderen Menschen hilfst oder dein Vermögen so verwaltest, dass du tatsächlich in der Zukunft eine echte Rente haben wirst. Das wird immer deine Sache sein. Da wird es keinen Bernd geben, der dir deine Prozesse in diesen Lebensbereichen schreiben wird. Und wenn du ein Bernd bist, nun, dann liebst du wahrscheinlich ständig was Neues zu machen. Der Nachteil ist aber, und ich kenne viele Bernds und ich habe selbst viel Berndanteil, ist, dass du vieles anfängst, aber es nicht zu Ende bringst, weil dir was Neues, Besseres einfällt. Also, du brauchst auf jeden Fall auch Menschen in deinem Team, denn wir sind auf Ergänzung ausgelegt, die die Prozesse, die du entwickelst, auch zu Ende bringst. Das kann der Buchhalter sein, das kann der Steuerberater sein, das kann der Texter sein, das können deine Hilfskräfte sein. Ohne diese Menschen ist es unwahrscheinlich, dass du dauerhaft erfolgreich sein wirst, dass die Prozesse, die du entwickelt hast, auch über deine Arbeitszeit, über dein Arbeitsleben und über dein persönliches Leben hinaus noch weiter existent sind. Wenn du also wirklich etwas Großes schaffen willst, und es soll Bestand haben, es soll nachhaltigen Bestand haben, brauchen wir, brauchst du beides. Du brauchst ein Team von beiden Ressourcen, du brauchst globale Denker und du brauchst viele lineare Denker, die in dem System und diesen Prozessen sich dann zu Hause fühlen, wohlfühlen und bessere Arbeit machen, als du als Bernd es jemals machen würdest. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, a herauszufinden, wer du wirklich bist, dann kannst du gerne Kontakt mit uns aufnehmen für ein kostenfreies Erstgespräch, denn wir bieten mit der Birkmann-Methode eine gute Methodik an, deine Sichtweise sichtbar zu machen, deine Stärken, deine Bedürfnisse, aber auch das, was dir vielleicht fehlt, wo du Ergänzungen brauchst. Also buche jetzt unterhalb des Links dein kostenfreies Erstgespräch und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Weiterentwicklung und vielleicht auch bei der Sichtänderung auf andere Menschen. Alle Menschen sind gleichwert, aber die Menschen denken unterschiedlich und eine gute Führungskraft macht aus, dass sie ein Team aus den unterschiedlichen Kompetenzen zusammensetzt, führt und zielorientiert dann auch begleitet, sodass die Aufgabe, der Auftrag dann auch erledigt wird. Und was ist unser Auftrag? Nun, Probleme anderer Menschen zu lösen und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.